In dieser Aufgabe sind vier Bretter zu einem Kastenprofil zusammengenagelt. Jeder Nagel kann eine Querkraft Qn aufnehmen. Zu bestimmen ist so dann der maximale Abstand der Nägel an den Punkten C und B, so dass die Vertikalkraft P, die hier an diesem entstehenden Träger wirkt, aufgenommen werden kann. Trägerlängsrichtung, da ist wieder sehr schnell abgehandelt, weil Kragträger mit Einzellast sollte klar sein, wie das geht. Was auf jeden Fall passiert ist, dass wieder die Querkraft entlang dieses ganzen Dings da konstant ist mit Q 80 Newton. Das können Sie gern nachrechnen. Die wird eingeleitet außen und dann erst wieder, wenn sie in der Einspannung sind, durch die Einspannreaktionen aufgehoben. Die läuft konstant durch. Das sieht man eigentlich eh auf den ersten Blick. Das besprechen wir nicht weiter. Was man schon hinschreiben sollte, ist wiederum das Flächenträgheitsmoment. Aber das ist ja nichts Unbekanntes. Auch wieder hier Außenabmessungen genommen und das Innere abgezogen davon. Das geht auch hier am schnellsten. Das heißt, wir haben ein Zwölftel B plus H. Das ist, da ist immer das Brettis H breit und B dick. Das heißt, wir haben eine Gesamtenseitenlänge von B plus H und B plus H der Dritten. Da kann man sich nicht mal verrechnen, weil das eh quadratisch ist. Und abziehen davon müssen wir das H minus B mal H minus B der Dritten. Das ergibt bei mir 229,5 wieder Zentimeter der Vierten. Und dann geht es mit den Flächenmomenten los. Dann muss man sich überlegen, wie ist das eigentlich zusammengebaut. Also wo hält sozusagen ein Nagel und wo sind Holzfasern, die halten. Und dann muss man sich überlegen, was man braucht. Dazu vielleicht einmal eine möglichst große Skizze. Fangen wir oben an. Also Flächenmomente. Ich schaue mir einmal an, da die Punkte B und B' B' ist da. B' ist da herüben. Bei B hält offensichtlich, wenn man da rauf schaut, der Nagel. Und da herunten haben Sie eine Holzfaser, also ein Holzbrett selbst, das hält. Das wird nicht wirklich relevant sein, hoffentlich. Interessant ist die Stelle B mit dem Nagel. Und wir schauen uns da, das schraffiere jetzt so, wir schauen uns diese Fläche da oben an. Wobei man natürlich wieder da über so ein infinitesimales Stückchen drüber integriert. So wie im Beispiel 1 so ein Element und entlang x integriert. Dann zeichnen wir mal die neutrale Achse ein und die ganzen Abmessungen. Das hier ist B, B plus H. Dann braucht man das, ja das brauchen wir noch da. Das ist H minus B halbe. Das Zwischenstück ist H minus B und das ist bis zur neutralen Achse die Hälfte davon. Was man noch braucht, ist der Abstand des Schwerpunkts. Und der Abstand des Schwerpunkts schaut jetzt ein bisschen anders aus, weil der ist ja jetzt offensichtlich für jedes, oder machen wir es da drüben, für jedes Element ist der Schwerpunktsabstand zur neutralen Achse der gleiche. Weil jetzt haben wir ja horizontal Integration. Das ist immer der Abstand zur Mitte der Elementhöhe. Das nennen wir jetzt einfach einmal ZB quer. Dann steht glaube ich alles da, was man braucht. Und dann schreiben wir mal hin, was das Flächenmoment für B, S, B ist. Es ist auf jeden Fall wieder das Integral von diesem Schwerpunktsabstand ZB quer mal, also über die Fläche. Die Fläche drücken wir über X aus. Ich schreibe ihn dann zuerst her, weil das ist einfacher. Die Fläche muss auf jeden Fall sein, Höhe B mal Integration über X. Also B mal DX. Und das ZB quer ist, wenn man hinschaut, das H minus B halbe plus B halbe. Oben ist B, die Hälfte davon ist bis zum Schwerpunkt. Und herunten ist es H minus B halbe. Also offensichtlich H halbe. Und das setzen wir ein. Und dann, jetzt braucht man ja keine irgendwie allgemeinen Ausdrücke, weil wir ja genau wissen, wo die Nägel sitzen. Das heißt, man kann, wenn man will zumindest, man muss nicht, aber man kann sich das Leben gleich erleichtern, indem man wirklich dieses konkrete SB ausrechnet und bestimmt integriert. Weil wir wissen, wo das B ist. Wir wissen, das ist die ganze Fläche. Dann kann man es gleich bestimmt auch integrieren. Oder Sie gehen den anderen allgemeineren Weg und bestimmen dann halt die Konstante, die eh wieder Null wird. Es spielt keine Rolle im Endeffekt. In dem Fall. Nur wenn man es allgemein, wenn man irgendwelche Anteile ausrechnen möchte, später an Querkraft, dann braucht man es allgemein. Dann geht es nicht anders. Aber da jetzt brauchen wir ja nur die Querkraft, die jeweils die Nägelreihen rauszirkt. Und deswegen kann man es direkt bestimmt integrieren auch. Habe ich in dem Fall gemacht. Wir starten unsere Integration links bei X. Ein bisschen aufpassen muss man mit den Grenzen. Weil Z geht ja da durch den Schwerpunkt. Und X auch. Das heißt, wir starten im Negativen bei der Abmessung, wo das X startet und gehen bis zur positiven gleichen Abmessung. Das ist nämlich minus B plus H halbe. Wenn das B plus H ist, die Breite bis plus B plus H halbe. Von hier, da ist minus B plus H halbe, bis da ganz nach rechts. und setzen alles ein. Wir müssen also integrieren über H halbe B dx. Das liefert H mal B halbe mal X eingesetzt an den Grenzen. Die addieren sie. Obere minus untere Grenze, nachdem die untere ein negatives Vorzeichen hat, addieren sie sie. Geht das ein halb weg, weil sie es zweimal haben. Also ist der gesamte Ausdruck einfach B plus H über das ganze Ding. Das kann man auch erraten unter Umständen. Und das liefert dann in meinem Fall einen Wert von 33,75. Jetzt haben wir es das erste Mal mit einem Flächenmomentwert zu tun. Was hat das für eine Einheit eigentlich? Die Länge der dritten, ja, in dem Fall ist das Zentimeter der dritten, weil ich wieder alles in Zentimeter ausgedrückt habe. Genau das Gleiche machen wir für das andere Stück, nämlich den Nagel hier. Wir haben hier eine Nagelreihe und hier eine Nagelreihe. Und alles andere ist symmetrisch. Die kann man dann natürlich ausnutzen, die Symmetrie. Aber wir brauchen einmal die Querkraft, die die Nägel da in die Richtung, in die Z-Richtung rauszieht, und einmal die Querkraft, die die Nägel in die X-Richtung rausziehen könnte. Und die beiden muss man sich dann anschauen. Also noch einmal das Ganze mit einer Skizze oder hier eingezeichnet. Der Punkt da, das ist der Punkt C, der ist auch ein Nagelpunkt. Und das Flächenmoment für C wird dann das Integral, ich schreibe da oben jetzt auch der Vollständigkeit her, das Integral über A1, über diese Fläche, das wird das Integral über A2. Und ZC quer ist gleich ZB quer. Das ist wieder der gleiche Abstand. Das DA muss man sich überlegen, ist wieder, wenn man wieder nach rechts integriert, ein B mal DX, das ändert sich auch nicht. Die Frage ist nur, was ändert sich von der Belastung her, vom Belastungsszenario her. Und da stellt man fest, man kann von hier weg integrieren, weil nur da innen dieses Flächeläger ein Stückchen relevant ist für den abgeschnittenen Teil da. Also aus Symmetriegründen. Ich schreibe es einmal hin, vielleicht wird es dann klar. Das ist, ZC quer ist wieder das Gleiche, also H halbe von hier oben eingesetzt. und B mal DX bleibt auch gleich. Die Integration läuft jetzt in dem Fall von minus H minus B halbe bis plus H minus B halbe. Die Integration geht jetzt von hier bis hier. Es ist ja das gleiche X, es sind nur die Grenzen andere. Nennen wir es halt da oben auch X. So, das einfach aufintegriert, liefert ein zusätzliches X und das zusätzliche X liefert mit den gleichen Argumenten wie oben nur mal H minus B, weil das zweimal vorkommt und mit dem unterschiedlichen Vorzeichen. Das halbe, damit ist es wieder ein Ganzes. Das ist dann vom Wert her bei mir 20,25 cm der dritten. Gut, das war wieder das Kompliziertere. Schubfluss kann man jetzt direkt hinschreiben. Der Schubfluss an diesen Stellen, weil wir ja die Flächenmomente genau für diese Stellen ausgewertet haben und das Flächenträgheitsmoment ist ohnehin gleich für beide Richtungen. Das ist auch ein Vorteil von dem quadratischen Ding. Das heißt, wir haben einen Schubfluss in Punkt B, der ja genau analog zur Schubspannungsformel aus der Querkraft mal Flächenmoment an dem Punkt jetzt dividiert durch das Flächenträgheitsmoment entsteht, jetzt nicht dividiert durch die Stärke im Gegensatz zur Schubspannung und wir haben einen Schubfluss an der Stelle C, der genauso entsteht, nur mit dem Flächenmoment in C. Die Querkraft selbst, die da reinkommt, wie groß wird die sein? Was ist das für eine Querkraft? Das Q, das ich da oben hingeschrieben habe, in meinem Fall die 80 Newton. Schreiben wir es so her. Dann ergibt sich ein Schubfluss von minus 11,76. Was hat der jetzt für eine Einheit? Newton pro Zentimeter, genau. An B und minus 7,1 Newton pro Zentimeter an C und jetzt ist die Frage, jetzt wissen wir laut Angabe, dass ein Nagel, da oben steht es, herausziehende Nagelkraft von 30 Newton mit so einer auszulegen ist. Das heißt, wir können die nehmen und können einfach unsere Schubflüsse damit vergleichen. Wobei man berücksichtigen muss, dass natürlich auf beiden Seiten jeweils genagelt ist, also die Hälfte davon nehmen und dass der Schubfluss ein mittlerer Wert ist über den ganzen Träger. Schreiben wir es einmal hin. Das heißt, unser Nagelabstand in beide Richtungen jetzt, das nenne ich jetzt da Delta L für die Nägel in B, die da, also das waren die, die für den, für die Verbindung vertikal zuständig sind, entspricht der Querkraft, die der Nagel aushält, bevor er herauszogen wird, dividiert durch den Schubfluss in B, aber die Hälfte davon, weil wir auf beiden Seiten Nägel haben. Das Qn ist in dem Fall 30 Newton pro Nagel und das gleiche für die Stelle C, auch hier haben wir das gleiche, das oben und unten in dem Fall genagelt ist, auch hier Qn 30 Newton, dann ergibt sich ein Abstand von 5,1 Zentimeter für die Nägel, die in B halten und 8,5 Zentimeter für die Nägel, die in C halten und das entspricht dem S, das laut Angabe gesucht ist. 5,5 6,5 7,5 3,2 11,5 10,9 Vielen Dank.